Für mich? Ja, weil sonst stehen Sie hier noch mehr oder weniger im Wege. Ja, meine Damen und Herren, das war einmal etwas, wo wir sagen, warum nicht mal in eine Richtung gehen, die doch ein bisschen das Philosophie streift. Jetzt gibt's wieder richtig was zu lachen mit einem der großen, der deutschen Unterhaltung. Lachen mit Martin Heidegger. Schmittenander Worte für Millionen, heute in der Haya mit Heidegger. Ja, liebe Zimmergenossen, die Entschlossenheit löst als eigentliches Selbstsein das Dasein nicht von seiner Welt ab, isoliert es nicht auf ein freischwebendes Ich. Wie sollte sie das auch, wo sie doch als eigentliche Erschlossenheit nichts anderes als das In-der-Welt-Sein eigentlich ist. Die Entschlossenheit bringt das Selbst gerade in das jeweilige besorgende Sein bei zu handeln und stößt es in das fürsorgende Mit-Sein mit den anderen. Ich muss ehrlich sagen, am Strand, abends bei einem Glas Erdbeerwolle, Heidegger, das ist was zum Abspannen, immer wieder gern. Wir haben Post bekommen.